Drohnenangriff in Russland Regionsdepot in Toropi bestätigt und erklärt, dass es sich um eine gezielte Aktion handelte, um die Nachschubwege der russischen Streitkräfte zu unterbrechen. Russland hat den Vorfall verurteilt und von einem feigen terroristischen Akt gesprochen. Die Situation im Ukraine-Krieg bleibt weiterhin angespannt, und solche Angriffe auf russische Militäreinrichtungen könnten zu einer Eskalation der Gewalt führen. Die internationale Gemeinschaft ist besorgt über die Entwicklungen und ruft zu einer Deeskalation des Konflikts auf.